Wenn du wirklich Hunger hast, isst du keinen Salat. Wenn du Benzin im Blut hast, schaust du nicht auf die Tankanzeige. Wenn du Abenteuer suchst, buchst du keine Pauschalreise. Und wenn du richtig gutes Fernsehen willst, schaust du nicht irgendwas. Du schaust Sky. Du erlebst Bundesliga Live, die größten Blockbuster und die neuesten Serien. Du gehst mit der ganzen Familie auf Entdeckungsreise und vergisst alles um dich herum. Du willst es doch auch. Sky.